Die Roll- und Schnittschneidemaschine Dahle 505 ist ein wahres 5-in-1 Allround-Talent. Mit ihrem geschliffenen Rundmesser ist sie bestens geeignet für einen geraden, präzisen und gradfreien Schnitt bis zum Format den A4. Für kreative Bustelleien sind im leicht zugänglichen Kassettenmagazin auf der Unterseite des superflachen Tisches vier Dekokassetten eingeklickt. Die ausgewählte Kassette ist schnell durch das Sichtfenster im Seitenteil erkennbar. Mit den verschiedenen Schnitt- und Falzvarianten, Wellen- und Bütenschnitt, Perforation oder Falzen, zaubern sie individuelle Tischkarten und edel verzierte Einladungen, Menükarten, Oster- oder Weihnachtsdekorationen und vieles mehr. Die selbstgestaltete Glückwunschkarte wird so zu einem persönlichen Geschenk. Zu den weiteren Ausstattungsdetails gehören praktische Formatlinien, die das Ausrichten des Schnittgutes erleichtern, zwei Winkelanlagen mit Millimeterskala für einen exakten 90 Grad Schnitt, die automatische Pressung an der Schnittstelle und eine Messerkopfabdeckung, die ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet. Untertitelung des ZDF, 2020